Ich weiß nicht, was soll es denn bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt er rein. Der Gipfel des Berges funkelt im abendsonnenschein. Die schönste jungen Frau sitzt und dort oben wunderbar ihr goldenes Geschmäde blitzelt. Sie kämmt ihre goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamme und siegt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodie. Den Schiffer im kleinen Schiffe ergreift es mit wildem Weh. Er schaut nicht die Felsenrufe. Er schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaube, die Wellen verschlingen. Am Ende Schiffer und Kahn. Und das hat mit ihren Singen die Lucherei getan. Am Ende Schiffer und Kahn. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020